Flüley ist eine politische Gemeinde im Wahlkreis Entlebuch des Kantons Luzern in der Schweiz und umfasst die Ortsteile Flüley und Sörenberg. Geografie Die Gemeinde liegt in den Zentralschweizer Voralpen und ist mit rund 108,24 Quadratkilometern flächenmäßig das größte Gemeinwesen des Kantons Luzern. Auf Gemeindegebiet liegen Teile der zwei größten Moorlandschaften der Schweiz, Glaubenberg und Sörenberg. Zu den Kalkbergen gehören die Schwendelei-Flu, die Grün-Flu und die Schratten-Flu. Die Gemeinde umfasst zwei Ortsteile, nämlich Flüley und Sörenberg, welche zugleich selbstständige Kirchgemeinden bilden. Flüley ist nicht nur die größte Gemeinde des Kantons Luzern, sondern hat mit dem Brinzer Rothorn auch noch den höchsten Punkt des ganzen Kantons. Flüley grenzt im eigenen Kanton an die Gemeinden Escholz, Matt, Marbach, Hasle und Schöpfheim. Nachbargemeinden im Kanton Bern sind Brinz, Bihab, Kern, Oberried am Brinzer See, Schangenau und Schwanden bei Brinz. Nachbargemeinden im Kanton Obwalden sind Giswill und San. Bevölkerung Die Bevölkerung wuchs zwischen 1798 und 1860 stetig und verdoppelte sich sogar. Nach diesem für die Region ungewöhnlichen Wachstum wurde die Gemeinde vom sogenannten Zeit erfasst. Es folgte bis 1901 Phase der Abwanderung in die Industriegebiete und nach Übersee. Danach folgte eine lange Periode mit stabilen Einwohnerzahlen, abgesehen von 1941, wo vermutlich Soldaten hinzugezählt wurden. Seit 1980 wächst die Bevölkerung, nicht zuletzt wegen des bedeutenden Fremdenverkehrs, recht stark. Die Bevölkerung benutzt als Alltagssprache eine hochhalemannische Mundart. Die örtliche Variante weicht indes stark ab vom Dialekt der Stadt Luzern. Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2000 gaben 93,49% Deutsch, 1,04% Albanisch und 0,81% Italienisch als Hauptsprache an. Früher war die gesamte Einwohnerschaft Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Aus Angst vor unerwünschten religiösen Einflüssen aus dem benachbarten reformierten Kanton Bern versuchte die kirchliche Obrigkeit mittels regelmäßigen Glaubensvisitationen den Glaubenseifer der Bevölkerung zu überprüfen. Die Religiosität liegt zwar heute immer noch weit über dem Landes- und Kantonsdurchschnitt, doch durch Zuwanderung aus den anderen Regionen der Schweiz und dem Ausland und einigen Dutzend Kirchenaustritten sieht die religiöse Landschaft heute folgendermaßen aus. Es gibt 81,29% römisch-katholische, 7,83% evangelisch-reformierte und 0,63% orthodoxe Christen. Daneben findet man 2,88% Konfessionslose, 2,30% Muslime und 1,84% Angehörige anderer nicht-christlicher Bekenntnisse. Bei den Muslimen handelt es sich fast ausschließlich um Albaner aus Mazedonien und dem Kosovo. Ende 2014 waren von den 1.880 Einwohnern 1.555 Schweizer und 325 Ausländer. Die Einwohnerschaft bestand aus 82,7% Schweizer Staatsbürgern. Ende 2013 stammten die ausländischen Einwohner aus Deutschland, Portugal, Spanien und Serbien inklusive Kosovo. 30,0% stammten aus dem übrigen Europa und 51,1% waren außereuropäischer Herkunft. Geschichte Das erste überlieferte Ereignis im Tal der Waldem ist die Schlacht bei Sörenberg. Obwaldner und Entlebucher kämpften dort 1380 um den Besitz der Alpweiden. Noch heute erinnert der Name der Alpschlacht am Fuße des Prinzer Rothorns an dieses Ereignis. Bis 1869 gab es in Flüli mehrere Glasbläsereien, die das bekannte Flüli-Glas produzierten. Glasmacher aus dem Schwarzwald, wo das Schwarzwaldglas bereits im 12. Jahrhundert hergestellt wurde, erweiterten die Glasherstellung. Von Windberg bei Sankt Blasien zogen 1723 die drei Brüder Josef Peter und Michael, Söhne des Glasmeisters Samuel Siegwart und der Anna Schmidt, von da nach Flüli und errichteten hier eine neue Glashütte. Im Entlebuch bestanden schon ab 1400 Glashütten sicher belegt ist die bei Röthenbach im Emmental. Die Nachkommen begründeten die Glasi-Hergeswil. Wirtschaft, Viehzucht und Milchwirtschaft sowie die Kälbermast- und Rindersümmerung sind die bedeutendsten Bereiche der Landwirtschaft. Ackerbauflächen sind seit der Anbauschlacht im Zweiten Weltkrieg praktisch verschwunden. Beim Gewerbe nimmt die Holzverarbeitung einen wichtigen Platz, eine eigentliche Industrie fehlt jedoch. 28% der Arbeitsplätze entfallen auf den Sektor Land- und Forstwirtschaft. In Gewerbe und Industrie sind 23% der Arbeitnehmer tätig, fast die Hälfte der Stellen sind jedoch im Bereich Dienstleistungen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich der Tourismus zum eigentlichen Brotkorb der Einwohner von Flüli und Söhrenberg entwickelt. Im Winter ist die Region Söhrenberg Skigebiet und im Sommer steht ein netzmarkierter Bike- und Wanderwege zur Verfügung. Verkehr Die beiden größten Ortsteile Flüli-Dorf und Söhrenberg sind durch die Posthautolinie Schöpfheim-Flüli-Söhrenberg ans Netz des öffentlichen Verkehrs angebunden. In Schöpfheim gibt es eine Bahnstation der Linie Luzern-Bern. Im Sommer verkehrt das Posthauto auf der sogenannten Panoramastraße über den Glauben-Bielen bis weiter nach Giswill im Kanton Obwalden. Die Gemeinde liegt abseits der Hauptverkehrsverbindungen und die nächstgelegenen Autobahnanschlüsse sind weit entfernt. Im Sommer ist der Anschluss Giswill an der A8 am nächsten. Bilder Flüli-Dorf Flüli-Dorf Söhrenberg mit Schrattenflu Schwendelei-Flu Töchter und Söhne der Gemeinde Ida Schöpfer Skirennfahrerin Paskaler Schnieder Radrennfahrerin Roger Scheli Bergsteiger Kiel